hallo die kreatur kann mich nicht erreicht die kette hätte zurück ich will streicheln das hat haare okay da ist ein zettel ich möchte es und es scheint etwas zu fehlen ein knauf und die nägel nicht mit der hand rausziehen okay wir brauchen da was dafür was haben wir hier es fehlen einige zahnräder ich kann nicht mehr reingucken es fehlen immer noch mehr was die ja das ist da drin ja ich kann das nicht mit so hier jetzt ziemlich ein fressen ja ich konnte diesen zombie loswerden der schwerkraft sei dank jetzt muss ich nur noch diese wolke wiederfinden ja ich habe auch den ganzen tag nichts besseres zu tun als irgendeinem dreck hinterher zu rennen das sich komischerweise zu mir hingezogen fühlt das hunde napf ist bitte keine hunde zombies dass das der regel der regel so verrostet dass ich ihn nicht bewegen kann dass ich ihn nicht bewegen kann riegel verrostet weißt voll krass konkret kann ich jetzt dahin ich will dann haben wir hier das blut ok unter diesem blutfleck steht was also nämlich lappen ich brauche einen 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 lappen kann ich das kann ich das das ist schlapp perücke ok ganz ruhig das problem ist dass man hier äh nicht alles irgendwie lesen kann nein ich schniefe nicht ja doch eigentlich täglich aber nein nein Gott Gürtel oh mein nasi auch voll äh boah ich hab voll Hunger jetzt es hängt jetzt dicht was macht das jetzt ok ähm ein helm ne das ist eine tasche ne hör auf jetzt ne klappleiter ist das hier wir haben sogar so eine ja dann eine krone ein ein dreimal schloss helm diamant eimer schlauch kessel schwert mit scheide sie hat scheide gesagt haha da ist ein schwert das kannst du aber nicht nehmen achso das ist wieder so ein arschloch ding da ist die titanik das das ist schloss im schloss im schloss schloss ähm zweimal schloss nochmal da ist nochmal eins äh da unten da unten und noch ein schloss siehst du noch ein schloss da ist eins ja ähm der hamburger jetzt kann jetzt kann ich ihn erst auswählen okay erst kann ich es auswählen wenn es da angezeigt wird okay die perücke dann haben wir da den schlauch die kopfhörer habe ich hier gesehen die krone ähm den kessel 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 habe ich glaube ich auch schon gesehen das ist aber doch kein kessel ähm das braucht schon noch einmal einmal da ist einmal da ist der kessel okay da müsste der diamant drin sein wahrscheinlich ja ähm kann man die aufnehmen das ist der komische oh ne das ist kein sabi vorhin schon angeklickt ähm ah okay das ist ein schraubenzieher Kamera ah der rasierer okay dann kann man hier drin natürlich nichts mehr machen weil das ist ja ähm ein hell ich kann nicht fein gucken aber zur seite schieben okay und dann noch das schwert aber das schwert kann ich nicht benutzen weil ich müsste irgendwas machen mit dem schwert oder diesen blutfleck steht was ja aber ich kann das nicht und jetzt ist mein exe aufgewacht ich klicke grad wahllos an ich kann nicht klarkommen ich blick's grad nicht ich weiß nicht vielleicht das ist ein Pils oder so da ist eine Pistone Pistone aber sie schreibt sagt wenigstens ja das bräuchte ich das könnte ich brauchen da steht was aber oben ich muss tipp machen oder machen wir tipp oder ich kann das äh quatsch Moment falscher tipp ach die scheite ist das ist tatsächlich wie eine scheite gedacht okay das ist die hülle wo das drin ist eine eine Bleistift spitze wie machen wir weiter nach vorne hin ist das ähm ist das da meine Hand schläft schon wieder ein da sind Bleistifte ähm das ist das ne das ist das das ist das in alle Formen ja das geht nicht da oben kann ich da noch mal ich hab das ist mein Feuerzeug ja was haben wir jetzt gekriegt ja die müssen gegen eine Zombie Apokalypse kämpfen und wir nehmen ein Bleistift schmitzer mit da war eine fette Armbrust oh steht da noch immer was da steht da da kann ich jetzt nicht mehr hin da ist jetzt ne Kamera drauf ah ok lass mich dich spitzen ok ich kann ah ok 3 4 7 irgendwas stand hier und wurde dann wegradiert vielleicht kann ich jetzt irgendwie sichtbar machen ok das haben wir ja 3 4 7 3 4 7 das ging sogar mit Zeit ja ok ok was ist das ich benötige ein ungewöhnlich geformtes Siegelring um die Truhe zu öffnen ja Knöpfe Räder Dinge und nichts es funktioniert nicht vielleicht fehlt Benzin ich sollte vielleicht lesen sollen wir mal da drauf gucken vielleicht da was Neues da das sieht aus wie ein Code ja gut das haben wir ja schon da Benzin der Tank ist leer ok wir müssen Benzin holen dafür brauchen wir wahrscheinlich erst einen Kanister da ist was uiit da haben wir ok mehr kann ich hier drin nicht mehr gucken der Schrank ist aus Eisen schön und warum ist jetzt auf Bufel ne das ist nach unten gehen ja oder ich denke schon ja ja und was ist da ein Abo das ist selbe was ist das für ein kann ich jetzt ja ui ui kann ich jetzt mit dem Brech er hat's weggeschmissen nein doch er hat's weggeschmissen du ich du das ist die